Dieser Rüde war aus dem Shelter geflohen vor zwei Tagen und kam heute selbstständig wieder zurück. Oana konnte ihn vorm Shelter auf der Straße einfach in die Arme nehmen und in Shelter zurücktragen. Er hat vorne links humpelt er im Moment, ne vorne rechts humpelt er etwas. Vielleicht hat er sich, als er jetzt zwei Tage unterwegs war, einfach vertreten. Er ist ein ganz, ganz toller, zutraulicher Rüde. Ein absoluter Traum. Gerade heute hier reingesetzt worden. Das ist eine neue Könnelgemeinschaft für ihn und er macht das ganz toll. Ist ein junger Rüde.